Nun möchte ich dir noch ein paar Dinge sagen zum Fitting, zum sogenannten Fitting. Bevor du dir einen Driver kaufst, solltest du auf jeden Fall ein professionelles Fitting machen. Denn es gibt ein paar Punkte, auf die man achten sollte, bevor man sich einen Driver kauft. Also wenn du natürlich irgendwann weißt, welche Dinge du zu beachten hast, dann kannst du dir auch gerne im Internet einen besorgen, aber für das erste Mal würde ich dir immer empfehlen, einen Driver fitten zu lassen, entweder bei deinem Pro oder in einem Golfhaus oder sonstigen Filialen. Und zwar ist es wichtig, dass du dich vermessen lässt und zwar deine Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das heißt im Endeffekt, über einen Launchmonitor wird herausgefunden, wie schnell du den Schläger schwingst. Und dann gibt es verschiedene Tabellen, die dir dann sagen, welche Art von Schaft du spielen solltest. Also beim Schaft gibt es verschiedene Flexe, nennt sich das. Das heißt, es gibt einmal zum Beispiel diesen für Herren, das ist so der Standardflex der Regular Schaft. Wenn du schneller schwingst, wird es wahrscheinlich in Richtung eines Stiffschaftes gehen. Das heißt, dann wird der Schaft härter. Dementsprechend ist es auch so, dass du weniger, ja man sagt nur so schön, Fehlerverzeihbarkeit hast. Dementsprechend muss der Ball auch immer gut getroffen werden. Also für den Anfänger empfehle ich immer eher ein Regular Schaft bei den Herren. Wenn man dann besser wird, dann geht es so langsam irgendwann in Richtung Stiffschaft. Dann solltest du darauf achten, was für ein Loft du in dem Dreiber hast. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel hier einen 9 Grad Loft in meiner Schlagfläche. Damit wird der Ball jetzt nicht so hoch fliegen. Das ist eher was für Spieler, die ein besseres Handicap haben, weil sie durch ihre hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit den Ball sowieso mehr in die Luft bekommen. Wenn du Anfänger sein solltest, dann würde ich dir empfehlen als Herr so 11,5 Grad, 12,5 Grad zu nehmen. Für eine Dame wäre es sinnvoll 13,5 Grad zu nehmen. Bei den Damen ist es dann auch wiederum so, dass die Schäfte kürzer sind und dass die Schäfte bzw. der Flex in dem Schaft wird ein bisschen weicher und leichter sein. Dementsprechend wird bei den Damen der Ball auch wieder höher fliegen können, wodurch sie dementsprechend auch ein bisschen mehr Länge bekommen. Was es jetzt seit ein paar Jahren gibt es auch, dass man den Dreiber in der Länge anpassen kann. Also viele Spieler von der alten Generation haben 45,5 Inch in ihrem Schaft, so wie ich auch. Es gibt inzwischen aber auch 44,5 Inch Schäfte, was natürlich dazu führt, dass der Ball wesentlich konstanter geschlagen werden kann, aufgrund dessen, dass der Schaft einen Inch kürzer ist als normal. Wie gesagt, ich würde dir empfehlen, geh bitte zu deinem Pro oder geh in ein Golfhaus. Lass dich fitten mit einem Lounge Monitor, um herauszufinden, wie hoch deine Steherkopfgeschwindigkeit ist und um dann herauszufinden, welcher Treiber für dich der beste ist.